Vorsicht, die Cobras kommen. Mit ein bisschen Glück kommen wir auf 25 kmh. Auf dem Acker, in der Werkstatt, auf dem Track, in den Alpen, in Monaco. Ist natürlich wirklich ein bisschen verrückt, aber muss alles mal gemacht haben. Aus Liebe zur Mofa. Was soll man da noch zu sagen? Cobras, die Mofa-Gang. Am 11. November. Untertitelung des ZDF, 2020